Mein Lieblingsgetränk ist Leitungswasser, weil das schmeckt so nett. Meine Mama geht immer duschen und mein Papa geht immer duschen. Ich schütte Wasser in das Planschbecken rein und dann planche ich. Ich blieh auch im Wasser, nur ich hab immer meine Taucherbrille auf. Ich brauch keine Taucherbrille. Für die Kakteenen, für die Blumen. Dann träumt man die Gläser aus. Prost! Dann räumt man das dann rein, was man spielen möchte. Dann schaltet man die Spülmaschine an. Nein, er tut. Und dann spült, ja, er zu macht. Und dann spült die Spülmaschine sich von alleine. Bei mir. Mama macht alles und der Papa ist faul. und dann läß ich reconoc, was Toll noch nie bei mir. Aber ich sch clicking hau. Ja, guess ist das mal. Ich schilt das ultimately. dos- geräuschen nach ein. Aber ich frage mich durch aus. Und dann erkläre ich mich, wir müssen da, was man den Blumen konnte ins deixarben. Ich schnapp, das inst instigte ich glaube, Vielen Dank.